Wow genau hinwand Ey warum nicht wenn die Äpfel kaputt Ah Äpfel geil Best anymore Nice Hallo Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Easy Warum Videos Servus und wir joinen direkt Du kannst schon wieder nicht her Du musst erst warten Jetzt zahlst Na guck mal Das ist gut Okay Ja ist gut So Ich hab 41 Eisen Philipp Ok Ich hab eine Gurtwurstel noch Achso das war so ein Zambi Und Lava und Ding einmal habe ich schon Ähm Ich hab das so hier rein Ja Ups Das Leihhalter gleich Kann ich doch schauen So wenn es von mir weg lassen wird Ähm So Du warst gerade neben mir Ja Ja Ich hab Oh Statt gemacht Ich hab gerade den Fuck Alex Dass ich mich nicht wirklich bewegen kann Geschein Kann ich mich re-lobben Ja re-lobben Ja gib mir mir zuerst die Sachen Ähm Gold Und Rot Ich hab die ja schwer dann das nicht raus Ich glaub du hast es wieder eingesammelt Ja Natürlich Okay passt Dann bin ich schon mal auf Anfang davon Ja 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 Aber ich so gerne kraften als Was denn Ähm Iron Iron später Ja Wie viel hast du denn Iron Kein nix Kein nix Das gibt ihm mal Ähm Alles Ich brauch dann oben Alles wie so auf Dreiecke wieder Mhm So ja Dann bin ich schon mal weg Ich muss ja verzauern Was denn? Hast du einen Verzaurungstisch? Ja Was brauchst du noch? Und Schau was Ich hab einen Ja Brauchst du noch alles? Noch Ja ok Nein Professionell Professionell So ich baue mir jetzt deshalb berg auf Wenn wir mal Äpfel Hast du Hultzchen? Hultzchen noch Ja baue mir dabei auf Wie soll ich Ähm Fünf ja Ich geb dir mal fünf Ja ok So Hahaha Ahm Geil Gut dass ich da gerade Gult angefunden habe Also Gult haben wir glaube ich echt genug Er scheitert ein bisschen an unseren Äpfeln Und da ist eine Höhle Leute da ist eine Höhle Philipp Du hast halt Eiskarte Höhle Du hast halt Eiskarte Höhle Sollen wir jetzt ähh 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 Diamanten Und ähh Wolltest du craften oder nicht? Komm davon ob du Diamanten findest Ja Zehne Ja Brust solltest du machen Ok Und die Iron Ding gibst du mir natürlich Ja Nicht wegschmeißen Zehne hast du ja dann ist dann eh noch zwei Die zwei brauchen wir vielleicht für meine Tierschwert So Ja zurück Wo ist das Hubs hier drin? Ja auch wegschmeißen in Gang Ja aber ich kann mich schalten Ich schalte nicht Schalte wie weh im Prinzip Ja dann lau ich Reconnecte mal Ich kann ja eh nix dafür Ich hab ja ganz am Anfang gesagt dass ich sie so wegschmeißen habe Ich hab ja ganz am Anfang gesagt dass ich sie so wegschmeißen habe Fünfe waren es Ja Ups Ok Ja Unser Plan ist natürlich dass ich jetzt einmal Ähm Dass ich jetzt ein Zuckerrohr vielleicht finde Ähm Bäume auf Bau für Äpfel Dann hätten wir mal Gurtäpfel das wäre sehr wichtig Und unser Plan ist auch jetzt schon auszurüsten für einen Fight Wenn wir wahrscheinlich einen Fight machen werden Philipp Wow das mach ich alle zwei mal so richtig dumm Philipp du hast kein einziger Baum in der Nähe Ich renne mal weg sozusagen von dir gell Mhm Es ist kein einziger Baum Alter Schwede Ok ich kann mich schalte Verzorgung Wie hat ein Reconnect? Na Verzorgung Achso Was ist das denn? So wie ein Iron Roosting machen oder dir Roosting? Ja du eher dir Und du solltest Ahm Gefühlt Richtung Borda gell Mhm So ich werde da jetzt mal die ganzen Waldabfälle fällen Und Ich hoffe es geht nicht so schnell nach Die Dunkelheit wäre nicht so gut Aber Ja So aber ich mache noch die ganzen Öfen da her Ich gehe mal Braten Unser ganzes Eisen Und Gold Ja ok Kennt ihr auch Graten Dann haue ich mal Sachen weg Ah das ist schon wieder fast die Zeit umgefühlt Echt? Ja gefühlt schon Goldarmor Ja Goldarmor haue ich weg Philipp Ja So und ich crafte mir direkt eine Iron Hacke Weil irgendwie mit der Holz Ah wow Mit der Holz Hacke geht nichts weiter Die haue ich gleich weg die Holz Hacke Und ich hoffe natürlich dass wir jetzt einen Front finden Weil wir haben eigentlich in der siebten Folge einen Fight vor Ja Schauen wir mal Ja Das blöde an dem Projekt ist natürlich Dass sehr wenige zur Zeit noch aktiv sind Circa 10 Leute sind noch aktiv Es ist ziemliches Chaos Keiner weiß so recht noch wie viele aktiv sind Aber es ist halt ein Durchschnitt sind noch so circa 10 Und deshalb werden wir jetzt nicht 10 Folgen dann farmen Sondern einen kleinen Fight machen Weil das Projekt in Anführungszeichen Keinen Sinn mehr hat zu lange zu farmen Und weil es auch spannender ist Und weil wir eh eigentlich schon ziemlich viel haben Ja Full Tier ist auch noch nicht Aber In den Nether mit Dinger sind wir natürlich noch nicht gelangen Mit Büchern und allem Mit Flamme verzauern und Spaß und Büchern Aber das ist ja Luxus Luxus Ja Philipp ich Klopfe so lange Ich schaue gar nicht ob ein Apfel dropped Geh? Mhm Ach du hast gerade ein Apfel dropped Schau den Apfel muss ich unten rein Dann müssen wir die Flamme haben Ja Ja Ich habe mich echt schon gewundert Dass wir da mal Wurz anfinden Ja Aber ich glaube das haben sie aufsichtlich so gemacht Wahrscheinlich Am Anfang aber Bäume Dass du ihre craften kannst Fast bei jedem gleich Mhm Und dann Keine mehr So raus Damit einmal lange Fläche ist Dass man nach rennt und fighten kann Wie auch Ja Ist aber ganz so schlecht Wobei es ja lustig ist in einem In einem Wald zu fighten Finde ich Mhm Du musst dir so ein bisschen Anders taktisch vorgehen So ich schau mal kurz zurück ob da schon irgendwo Apfel liegen Ich glaube nicht Was machst du so? Mit meiner Mit meiner Mit meiner Mit meiner Mit meiner Mit meiner G-Bug Der entsteht Manchmal Wenn ich Minecraft starte Und dann Ähm Zusätzlich mit OBS Also Da fädelt Auch Wenn OBS läuft Sonst nie Und Das ist Eher seit der neueren Version Von OBS Aber Noch keine Ahnung Wie man denn Diesen Bug Beheben sollte Weil Ich habe schon Danach Gegoogelt Aber Ich habe schon zwei Apfel und einen Gap Sehr schön Ja Es ist besser als nichts Aber Es droppen gefühlt Nicht so viel Okay Und wenn man die ganze Zeit nachschauen geht Ob es droppt Bringt es irgendwie an Also Ja Ja Das sieht fast aus Ja Und da ist gerade ein See neben mir Da schauen wir kurz Ob da Zuckerrohr ist Aber ne Leider nicht Manche Manche Ja Dass du plötzlich Diamanten im Hut sammeln Oh Holy shit Ja 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 Das ist Oh Da kommt noch einer Langsam wird es 6 Sehr schön Ja Ja Ich hoffe ich wieder das 7 kann Aus 7 Es ist ziemlich cool zur Zeit Yo dann nehme ich das mal wieder alles mit Ja Oh crap Oh Gott Ich kann auch Ich habe schon 8 Gaps Oh Das ist gut Das ist cool Ja Das ist Very good Very very good Es wird langsam Nacht Aber das macht glaube ich nichts mit meinem Equip Es war ja das Beste Aber ich zeig es jetzt mal nicht Auch wenn ich meine Form schaue Da muss ich schon öfter schauen Also ich zeig es nicht immer auf sich Das ist auch cool Zum Einschleidenzen Ja Ja So ich gehe mal wieder abbauen Sehr cool Ich werde fast mit meinem Creeper sehe ich schon Bewegungspack in die Lava zu sein Warte mal Philipp Bevor die Millionen von Pikas kommen Mach ich mal Fackern Das kann uns die Zeit leisten Geh schon Eben Steak fackern Damit wir auch die Äpfel nachher sehen Soja Soja Da haben wir jetzt zum Schluss abbaut Aber da ist anscheinend nicht so viel Kloppt Vielleicht sieht er gerade ein bisschen aus Dass da Millionen von Pikas spawnen Das Ding ist halt nur Ich soll dann am Ende der Folge weggehen von meinen Fackern glaube ich Weil jetzt sieht man halt auch noch Millionen Meter Millionen Meter ist bestimmt nicht ein übertriebener Ja Warte mal Außer Warten wir Warten 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 Zwei Minuten, oder? So viel gebrobt denn leider nicht. Im Gefühl ist da irgendwie ein Creeper neben mir. Vor mir. Kommt da schon? Ja, kommt schon. Genau hin. Ey, mach nicht meine Äpfel kaputt. Ha! Äpfel! Geil! Das nicht mehr. Oh. Noch mal Äpfel. Das ist cool. Hey, was hab ich gut gemacht? Äpfel, was würdest du denn craften? Ähm, aha, Eisendeam. Ja, ich kann nicht mehr Äpfel craften zur Zeit, Philipp. Ihr habt schon 10. Okay. Ah, mir lebt wieder Geige. Okay. 30 sind unten. Ugo, willst du noch? Ach doch, genau. Okay. Wäre halt noch lässig, wenn ich anscheinend anderen finden würde. Aber ich werde jetzt nicht mehr da aufhalten und noch weiter abbauen, sondern ich schaue noch, ob ich irgendwann ein Opfer anfinde. und dann gehe ich kurz irgendwo kurz verstecken oder so ähnlich. 30 Sekunden. Ja, ich baue mich da weg ab, oder? Philipp, ist das eine gute Idee? Ja. Unbedingt müsst ihr jetzt nicht verstecken. Nur ganz gut. Halt. Versteckt. Nice. So. So. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das runter gefangen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpasst mag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Bye, bye.